Ich lerne Deutsch. Nummer 2698 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Seit wir Rentner sind, fahren wir zweimal im Jahr in Urlaub. Seit wir Rentner sind, fahren wir zweimal im Jahr in Urlaub. Wir können es uns leisten. Seit wir Rentner sind, fahren wir zweimal im Jahr in Urlaub. Wir können es uns leisten. Ich plane eine lange Radtour und muss dafür meine Waden trainieren. Ich zeige dir, wie man richtig mit dem Messer umgeht. Ich zeige dir, wie man richtig mit dem Messer umgeht. Dann kann nichts passieren. Ich zeige dir, wie man richtig mit dem Messer umgeht. Dann kann nichts passieren. Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Ich bin verzweifelt. Ich wurde von der Firma gefeuert und mein Mann hat eine Freundin. Was soll ich machen? Wir sind auf einer Bergtour und kommen erst morgen zurück. Wir sind auf einer Bergtour und kommen erst morgen zurück. Wir sind auf einer Bergtour und kommen erst morgen zurück. Es sind noch Erdbeeren von gestern übrig. Du kannst sie in dein Müsli tun. Am Strand erholen wir uns gemeinsam mit unseren Freunden von den Strapazen des Alltags. Das Auto hat ein Problem mit den Bremsen. Ich kann es nicht reparieren. Am frühen Morgen sind alle liegen am Strand noch unbesetzt. Am frühen Morgen sind alle liegen am Strand noch unbesetzt. Die Straßenbahn kommt pünktlich und bringt mich schnell in die Stadt. Die Straßenbahn kommt pünktlich und bringt mich schnell in die Stadt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Unsere älteren Mitarbeiterinnen haben viel Erfahrung. Unsere älteren Mitarbeiterinnen haben viel Erfahrung. Sie übernehmen die Einarbeitung der neuen Kolleginnen. Heute ist ein wichtiger Tag. Wir stellen unser Projekt unseren Sponsoren vor. Wir machen heute eine Wanderung in den Bergen. Wir machen heute eine Wanderung in den Bergen. Der Teddybär ist darauf vorbereitet. Einige Ursachen für Kopfschmerzen können Wetterumschwünge sein. Einige Ursachen für Kopfschmerzen können Wetterumschwünge sein. Stress, Flüssigkeitsmangel oder Schlafmangel sein. Früher war ich gar keine Sportlerin, aber jetzt ist das Laufen für mich eine Herzensangelegenheit. Ich helfe dir gerne morgen beim Umzug. Dieses Elektrogerät reinigt Fenster. Hast du es schon mal ausprobiert? Dieses Elektrogerät reinigt Fenster. Hast du es schon mal ausprobiert? Ich muss mir diese Software genauer ansehen. Da stimmt etwas nicht. Ich muss mir diese Software genauer ansehen. Ich muss mir diese Software genauer ansehen. Da stimmt etwas nicht. Ich möchte euch eine neue Idee vorstellen, die uns in der Zukunft die Arbeit wesentlich erleichtern kann. Ich möchte euch eine neue Idee vorstellen, die uns in der Zukunft die Arbeit wesentlich erleichtern kann. Der 2. Dezember ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben an diesem Tag geheiratet. Wir haben an diesem Tag geheiratet. Gefährliche Situation im Winter. Bei glätte und schlechter Sicht überholt ein Auto zwei Lastwagen. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Before Ansch죠.